In Bayreuth gegen Becknitz. Zwei Plätze weiter unten, Relegation zur Bezirksliga. Die Impflinge ist im Tor, die ich anders richtig aufschreiben hoffe ich nicht, aber ich werde mir schon aufschreiben, den Torschütz. So 60 Zuschauer, servus. Können aber vielleicht auch mehr werden bei der Mette. Bei den Meilen haben wir ja heute schon aufgefangen. Servus. Sind Sie noch mehr an? Bei den Meilen, das ist es nicht noch. Ja, die haben wir jetzt auch drin. Echt? Servus. Na, die Tore werden erst einmal überprüft. Komm mal. Komm mal, machen Sie die mal vor hier. In der Regionalliga. Ja. Jonas. Jonas. Ja. 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 Gleiches Anstoß. Im grün-becknetz. Gelb-schwarz. Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth. Ja. 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 Hier ist ein Guck, der sieht aus. Ja, die haben doch schon getroffen. Ja, die sagte, soll die Mütterlinge... Können wir die Stattel nicht sehen? Der ist nicht nur wieder heilig. Ja, wir gehen die Leder da. Untertitelung des ZDF, 2020